Wir haben heute noch mal ein kleines Rennen und wir brauchen eine Repertationsstupe 30 und das wäre dann auch so. Aber das ist natürlich hier dieses Painting, was hier oben in dem Haus ist. Ja, der im Container jetzt ist. So. So. Ich wollte hier mal dann mal wieder in die Nacht. Das heißt Merkur. Das ist immer 29.000. So. 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 Ich glaube es war jetzt keine Ahnung, sie da runter zu schieben. Okay. Der möchte jetzt ein bisschen spielen. Jetzt ist es irgendwie immer gefühlt einer, der mich ein bisschen ärgert, der mich ein bisschen macht. Okay. 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 Das war's für heute. So, dann haben wir es gleich geschafft hier, diesen Trend für uns zu entscheiden. Und wie gefühlt nur einer der mitkamen, das war dieser Ace. So, dann haben wir noch einen Drifter. Hier doch irgendwo drin ist jetzt gerade so ein bisschen... Guck mal, ob wir hier noch was haben. Ja, wir müssen es jetzt schon machen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt schon in die Nacht gehen. Ich dachte, wir fahren noch einen drin. Ich weiß, dieser Ort ist schwer zu finden. Und das ist auch gut so. Dann fahren wir hier... Und dann machen wir in der nächsten Folge die beiden Drifter. Und danach nehmen wir uns die Reportationspunkte mit. Warte mal gerade kurz. So, Kubitsch heißt es. Dann fahren wir ausnahmsweise heute mal wieder ein Rennen. Und nächste Folge machen wir dann zwei Drifts in der Nacht. Und dann haben wir es auch, glaube ich, schon geschafft. Bitte für Speed. Ja. Also meine Aufnahmesession hier. Wir sind wieder vorne bei Null. Und jetzt bin ich jetzt da mal wieder hier. Die Lappen jetzt raus. Soll ich mich wundern, wenn wir gleich wieder ein bisschen was an der Backe haben. Soll ich die Backe ab, nicht auf der Backe nicht zu Hause. Soll ich die Backe ab, nicht zu Hause? Soll ich die Backe nicht? Soll ich die Backe nicht so schön aus? Wir wollen ja jetzt relativ 5 Tage über 30 erreichen, also die nächsten Tage. Wir wollen ja jetzt relativ 5 Tage über 30 erreichen, also die nächsten Tage. Musik noch immer keine Korbse, aber das kann sich wieder jederzeit ändern das ist reizverlässig mit Kopf, weil dann nicht zu gestalten, wenn ich hier mehr Erfahrungspunkte bekomme das wäre natürlich auch wieder reizvoll hier reicht die Heatschiffe 3, ja die brauchen aber gut, dann haben wir das auch weg und ich habe hier irgendwo noch was Tüchtiges in der Nähe gehabt da oben wo was zu düften ist, machen wir in der nächsten Folge, das heißt bis jetzt hat sich da hoch erstmal gucken das ist so eine schöne Kapital in Ruhr da habe ich hier aber noch eine, habe ich die Garage in der Nähe da haben wir zu der nächste Garage, die Finger hoch, dann machen wir mal hier die Dach zu da oben So... Komm, dann nehmen wir mal zu. Dann brauche ich mich jetzt wieder nicht. Du bist wieder hier. Das ist die Hauptsache. So... Gut, wir sind in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit den... Ich weiß, es ist nicht so gemütlich wie in der Werkstatt, aber mach's dir trotzdem bequem. Ja, genau. In der nächsten Folge machen wir dann wieder mit dem Gäber nachts und dürften. Wie? 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 Wie?